Ich wünsche allen einen wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen zu den Minecraft Minigames hier auf mineplex.com? EU? Mineplex.com? Ja, Mineplex halt. Äh, und dabei ist... What? Hä? Irgendwas schmeißt mich mit... Hey! Wer... Ah! Und dabei ist die Yadi. Hallo Yadi! Hey! Hey! Warum machst du... Hey! Ich hab's vergessen. Okay. Und, ähm, ja. Hier spielen wir zusammen ein paar Minigames. Was möchtest du... Da. Was möchtest du denn spielen? Jetzt die große, große, äh, Frage. Das ist, äh, Hilfe. Ich werd ge-ge-gefroht. Ge-ge-ge-rumgewirbelt. Also, da das hier alles irgendwie neu ist. Und ich gerade hier gelandet bin bei Draw My Things. Ach so. Ja, können wir machen. Ich... Wui! Äh, muss ich da jetzt auch mit? Du bist jetzt... Oh, das geht nicht. Wie, das geht nicht? Die Party cannot join full service. Ach, was? Aber es ist auch nur der eine. Hey, ich werd die ganze Zeit rumgeworfen. Hilfe, Hilfe, Hilfe. Hä? Äh. Äh. Okay, dann spielen wir was anderes. Was willst du spielen? Ich kenn mich hier noch mal. Wir hatten... Hier drüben sind auch noch welche. Guck mal, hier ist doch bestimmt auch noch irgendwas. Äh. Hä? Hä? Was? Hä? Okay, ich bin raus. Hä? Warum auch immer? Nein, das läuft wieder alles. Okay. Ähm. Ja. Rausgeflogen. Das ist eine super Sache. Such du aus. Okay, dann suche ich aus. Ich guck mal, was... Was wollt ihr spielen? Also, ich denke mal, wir werden verschiedene Sachen machen. Ich würde jetzt einfach mal mit dem einfachsten anfangen hier mit... Mit Dragons. Dragons? Was? Okay. Nicht Dragon, ja Dragons. Da wo du einfach nur rumstehen musst, um zu überleben. Sind wir noch in einer Party? Ich weiß nicht. Bist du? In Weitermischmann. Bin ich. Zack. Bam. So. Okay, jetzt. Jetzt mache ich mal. Äh, ich gehe mal auf Dragons und, äh, 9 von 16. Kommst du mit? Ja. Ja, siehst du, so einfach geht das. Tada. Und, ähm, genau. Wir spielen, äh, ganz klassisch die Minigames. Ich glaube, es gibt auch ein paar neue. Da müssen wir mal gucken, was es da so Neues gibt. Äh, bei Gelegenheit. Jetzt machen wir erst mal das, was wir können. Oh, guck mal, hier ist ja was drumrum. Komisch, ne? Ja, das ist alles. Ja, das ist was da drumrum, weil du das ausgewählt hast. Alles neu. Boah. Oh, hier kannst du das upgraden. Achso, es kommt nicht soon. Ja, okay. Ach, das ist mir alles zu kompliziert. Ich bin zu alt für diesen Scheiß. Okay. Ähm, oh, so ist das dann halt. Partys? Partys. Kann man Partys machen, Jani? Guck mal, hier sind ein Dings Partys. Ja, hier unten in der Leiste, da steht Partys. Partys. Yay. Oh. Okay, jetzt machen wir erst mal hier Party. Ist auch eine neue Map, oder? Äh. Keine Ahnung, ich bin gerade am Abgrund. Ich kenne die nicht. Die sagt mir nichts. Oh, cool. Neue Mapses. Hier kann man durchlaufen. Erst mal gucken, was es hier so alles gibt, bevor die Drachen alles kaputt machen. Oh, hoppala. Oh, hoppala. Okay. Kann man hier rumjumpen? Da kann man bestimmt rumjumpen. Hüpp. Ah, verdammt. Moment, ich krieg das hin. Spätestens, wenn der Drache alles kaputt macht. Hüpp. Yay. Hallo, Drachen. Äh. Geht schon los? Warte, mir wurde gerade alles kaputt gemacht. Oh, cool. Geh weg. Geh weg, Drache. Ah, Gott. Was war das denn? Die kreisen um mich wie die Geier. Ja, wie die Geier. Ah. Geierringe, Drachen. Okay. Ach ja, ich habe ja noch die Axt, ne? Das hätte ich jetzt fast vergessen. Damit kann man ja auch nochmal rumspringen. Nochmal superjumpen. Also nochmal supercool sein. Extracool. Oh, hopp. Oh, nein. Oh, nein. Und der Drache hat mich nochmal hochgehauen. Aber ich habe... Ah, überlebt. Alles cool, alles cool. Still alive. Hui. Hallo, Jani. Ah, geh weg. Äh, ich bin das nicht. Ja, ist ein anderer. Ich bin das aber gar nicht. Ich will da hoch. Das sieht lustig aus. Okay, ich will da nicht hoch. Da ist gerade ein Drache lang geflogen. Ja, den habe ich gerade weggeschossen. Ach so. Das ist... Das... Wo kann der denn jetzt her? Hilfe. Hilfe. Okay. Jetzt bin ich doch hier oben. Alles cool. Alles cool. Ach ja, hier ist ja auch mit dem automatischen Jumpen, ne? Nein, nein, nein. Ich will gerade vom Drachen hin und her geschubst. Ah. 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 Aber, hallo. Das ist viel. Hast du mir runtergekommen? Ach, das ist ja... Hilfe. Autschen. Ich habe irgendwie nicht mehr so viel Leben. Die Drachen sind ganz schön gemein. Dass jemand mir den Boden unter den Füßen weg holt. Ja. Boah, dieser Typ da. Bleibt die ganze Zeit bei mir. Der soll weggehen. Ah. Ich sehe nämlich nichts. Boah, verschwinde. Verschwinde. Dann kann ich doch gar nicht schützen, wenn er hier die ganze Zeit rumdaddelt. Bis jetzt sieht es aber... Ui, ui, ui. Oh. Okay. 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 Alles gut. Immer noch am Leben. Immer noch am Leben. Alles ist gut. Ich habe noch etwa die Hälfte meiner Lebensenergie. Alles gut. Alles gut. Ich habe das Gefühl, ich stehe hier nicht allzu gut. Ich will da hinten auf die Insel. Die sieht irgendwie besser aus. Die sieht doch ganz aus. Im Gegensatz zu dem, was wir hier machen. Gott, sieh das viele Drachen. Und die flattern alle rum. Das sind flatterige, rumflatter Drachen. Nein, geh weg. Denk nicht mal dran, du oller Drache. Uuh. Ui. Ui, ui, ui. Oh, das war knapp. Ich wollte gerade sagen, die machen... Ey, der Typ hier, ne? Der überlebt nur... Wegen dir. Wegen mir, ja. Hallo. Der stellt sich da gerne hin. Wir sind noch vier. Also nach einem, dann sind wir auf dem Treppchen. Ja, ne? Also... Ah! Ei, au, au, au. Ich komme mal mit zu euch. Das sieht sicher aus. Uuuh. Ui, ui, hier ist gerade was verschwunden. Oh Gott. Ah, okay, ich gehe mal hier hoch. Das ist okay. Da, da, da kann ich ganz gut stehen. Hm. Irgendwie... Oh, ist der Drache einfach unter uns lage. Nein! Ich will wieder dazu... Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Nein, 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 nein. Zurück? Ich habe das Gefühl, die Insel hat langsam nicht mehr viel. Nein, ich bin vierter. Nein! Und dieser... Der lebt noch. Der lebt noch. Ah! Oh nein! Der stirbt jetzt. Nein! Okay, dritter. Dritter, ja. Hm. Oder? Zweiter. Guck, der Typ ist dritter geworden. Ich bin zweiter geworden. Cool. Ah, schade. Ich bin Idiot, ey. Das war richtig nervig. Guck mal, das ist eine Regenbogenkatze. Okay. Fand ich lustig. Fand ich lustig. So, kommen jetzt hier neue Leute rein? Oder müssen wir eine neue? Und da bist du... Oh Gott, was war das denn? Ich habe keine Ahnung. Ich bin ein alter Mann. Da kannst du nicht solche Schreckmomente einbauen hier. Dann wäre ich ganz wurstig. Okay, äh... Was ist das denn? Ne? Hä? Ich habe keine Ahnung. Alles ist neu. Früher war alles besser. Dann guckst du auch erst mal. Was ist denn das? Was kann das? Was passiert denn, wenn man da anklickt? Irgendwas? Nichts? Du kannst das fünfmal anklicken oder mehrfach, ne? Und dann steht da... Du hast ihn, äh... Okay. Angeklickt? Toll. Angeklickt und bedankt und deswegen hat er jetzt was verdient. Dankeschön. Okay. Keine Ahnung. Äh, ich spiele jetzt, glaube ich, auch mal den Marksman. Einfach, weil ich es kann. Um zu gucken. Da, den da. Ich hasse den. Ob ich gut im Rumschießhorn bin. Arsch. Nein. Jetzt ist auch das Partyding weg. Echt? Keine Party mehr. Ich hatte gerade noch so ein Partyding hier. Das ist jetzt weg. Keine Party. Was habe ich denn hier noch so? Warte mal. Gibt es... Habe ich hier irgendwas? Nö. Nix. Habe ich hier irgendwas? Nix. Habe ich irgendwas Tolles? Death Animations. Was? Nein. Hä? Nein. 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 Nix. 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 Äh. Ich habe Musik. Ja. Warte mal. Die kann ich hier nicht stellen. Warte mal. Probier mal was hier. Musik. Nein. Da. Juhu. Und es kommt keine Musik. Klasse Sache. Was machst du da? Ich glaube, das geht nicht mehr. Früher kann man glaube ich das Wasser weg springen. Ja. Jetzt geht es nicht mehr. Nö. Aber was mich interessieren würde, was noch... Ob das noch geht, wenn man mit den... In die Partyhütte rein... Oder warte mal. Erst mal gucken. Überhaupt geht die Tür zur Partyhütte auf. Nein, geht nicht auf. Ja, die geht schon auf, aber man kommt nicht rein. Äh. Äh. Oh. Hä? 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 Okay. Probieren wir es mal mit, äh... Den Perlen. Da kann man ein bisschen rumperlen. Was? Was machst du da in der Partyhütte? Verflixt. Okay, warte, warte. Das kriege ich schon irgendwie. Ich habe... Äh. Nee, das machen wir auch zu hoch. Okay, okay. Das geht. Ich weiß, dass das geht. Das muss gehen. Äh. Oh. Steck ich im Boden. Ja, die. Ja, die. Ich bin schon schwarz. Hilfe. Steck im Boden fest. Hilfe. Aua. Au. Okay. Also funktioniert. Anscheinend. Also. Ich will jetzt in die Hütte rein. Oh, die steck schon wieder im Boden. Aua. So ein Blödsinn. Äh. Wait. Wait. Hallo. Hallo. Und schon wieder eine neue Map. Die haben viele neue Maps. Das finde ich cool. Ist hübsch. Das ist eine hübsche Map. Lauter Blumen. Ich stehe auch in einem Meer von Blumen. Und ich habe jetzt den Marksman. Uh. Okay. Das bedeutet kein effektives Rumgejumper mehr. Jetzt muss ich mir ein schönes Plätzchen suchen und rumcampen. Äh. Das ist ja so ein schönes Plätzchen. Lass mal hier rumcampen. So. Schön gespannt lassen. Geh weg. Aha. Da habe ich ein bisschen daneben geschossen. Ja. Ja. Hinten fort Drache. Hinten fort. Hinten fort. Hinten fort. Und du auch. Ungetier. Und ich bin tot. Das ging schnell. Mit meinen letzten Worten verfluche ich Flanders. Okay. Dann kann ich dir wenigstens zugegeben. Maxime bin ich tatsächlich nicht so gut. Aber. Ich bin ja auch gerade zweiter geworden. Von daher. So. Kontakt. Kontakt. Er kommt um dich zu holen. Eine Sonnenblume. Sonneblümchen. Sonneblümchen. Vor allem ich bin der erste. Nein. Ja doch. Ich war der erste, der kaputt war. Das ist ja doof. Ich bin jetzt gut. Ja. Alles klar. Das ging schnell. Neue Map. Neue Map. Ach. Lass mal was anderes spielen. Lass was achten. Okay. Spür mal was anderes. Dann wieder. Wupp. Zurück in unsere Liebste-Liebwegs-Lobby. Wo irgendwelche komische Geräusche sind. Ja. Okay. Erstmal weg von den komischen Geräuschen. Und sind wir jetzt eigentlich noch Party? Hier ist wieder Party. Partys. Und Jani. Ja. Wir sind noch in einer Gruppe. Bin der Lieder. Uh. Ja. Ich kann nämlich Lieder singen. Was willst du spielen? Wollen wir jetzt? Ja. Ich stehe gerade vor Draw My Thing. Das wollten wir doch gerade. Äh. 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 Und ich bin wieder rausgeflogen. Äh. Äh. Ich auch. Ach. Vielleicht weil du da nicht als Gruppe rein kannst. Weil das dann so wegen Anti-Cheat-Glumpe. Ach. Dass die das jetzt so gemacht haben? Das kann natürlich sein. Ne? Dass das... Dann muss ich das mal alleine machen. Oder weil die gerade, äh, Dingerns. Oder weil die gerade? Weil die gerade... Dass wir gerade in so einem Zwischending waren. Dass es losging. Aber wir dann doch... Moment. Das ist... Da. Hier ist Draw My Thing. Äh. Probier ich es mal bei dem. Ich guck mal, ob das geht. Bist du da? Ja. Und der geht? Ja. Alles klar. Dann, äh... Geht das wohl. Schauen wir mal, wie das ist. Uh. Der Artist. Uh. Was gibt es noch? Außer dem Artist. Nichts. Dann nehmen wir den doch. Und hier passiert gerade irgendwie nichts. Sind auch noch Leute rausgegangen. Sind die Leute rausgegangen, Jani. Und da sind Leute reingekommen. Fünf von acht. Wie viele braucht man eigentlich? Acht? Voll? Oder? Weiß nicht. Ich hab keine Ahnung. Brrrr. Das hat sich, glaub ich, auch verändert. Also, was ich mal gesehen hatte. Allgemein hat sich viel verändert. Wupp. So. Äh. Jetzt hab ich hier wieder das Partys-Ding. Und jetzt, äh. Apropos Party. Party. Ah. Keine Party. Versuchen wir es nochmal. Versuchen wir es hier auf dem alten Platz, wo immer Party war. Dann machen wir da Party. Party, Party. Ich hab ein Geräusch gehört, aber es kommt keine Musik. Die ist kaputt. Ja, die ist kaputt. Die Musikbox. Kaputte Musikbox, ey. Hä? Was? Was war das denn jetzt? Wuii. Kommt die auch wieder runter? Ja. Aber ich fand die alten Painballs schöner. Die waren lustiger, ne? Ja. Aber Painball, können wir auch spielen. So passiert ja gerade irgendwie nichts. Die Leute wollen einfach nicht malen. Die sind heute nicht künstlerisch aktiv. Das ist... Meine Güte. Meine Güte. Was sagt der? Ich glaube, ich muss auch mal den. Okay. Was hat er geschrieben? Ich hab keine Ahnung. Ich hab den Chat so klein gestellt. Ich glaube, ich muss den mal ein bisschen größer stellen. Äh, Chat-Einstellung, äh, b-b-b-b-B, Skalierung, Aua. Gott. What the fuck? Bin ich am Einstellen? Dann passieren irgend solche Sachen. Das ist immer jetzt dieses Geräusch hier. Die haben das neu gemacht, ja? Achso. Boah. Wie viele von den Viechern hast du? Tausende. Tausende. Abermillionen. 277. Ich sag doch, Tausende und Abermillionen. Genau das. Ah. Na gut. Das ist widerlich. Ähm. Anscheinend will hier gerade keiner malen. Ich würd sagen, äh... Wir gucken einfach mal... Ob wir vielleicht eine andere Lobby finden, wo gemalt wird. Okay. Puff. Also geh ich einfach mal raus. Weil hier passiert ja nichts. Das ist... Wir wollen ja nicht ewig hier rumsitzen. Das ist ja Quatsch. So. Äh, äh, äh. Äh, äh, äh. Äh, ne, die sieben. Wieder. Und dann guck ich mal. Party müsste noch sein. Da ist die Yadi. Da ist der Boy. Toll. Okay, ähm. Ich versuch mal in die Sechster reinzukommen. Und dann fliegen wir aber immer raus. Äh. Ich versteh nicht, wieso. Gar nicht. Ja, dann lass Masterbilder spielen. Ich begreif das einfach nicht. Okay, Masterbilders? Noch eine kurze Runde Masterbilders. Okay. Wenn, äh, sieben von... Ja, hier neun von zwölf. Das müsste eigentlich klappen. Bist du drin? Ich bin drin? Ja. Du bist drin? Cool. Okay, dann können wir hier, äh, masterhaft bilden. Was? Wie? Da ist ja überhaupt keiner. Da ist ja überhaupt keiner. Hier steht ja keiner. Aber da steht ein Name drüber. Das ist ja frech. Der Boden glitzert. Okay. Und los geht's schon. Siehste? So schnell kann das gehen. Ähm. Nudududu. Müssen wir alle dasselbe wieder bauen, ja ne? Ja, genau. Das war ja das Punkt. Wir alle. Alle dasselbe bauen müssen. Äh. Puh. Was ist denn ein Pokémon? Glamon. Mh. Äh. Gott. Wie baue ich jetzt ein Pokémon? Ich baue einfach. Keine Ahnung. Äh. Ich baue mal. Was wäre ich für bauen? Äh. Und du, ich habe keine Ahnung, wie das Viech aussieht. Warte, das. Ach, ich mach einfach hier so ein. So. Mal gucken. So ein bisschen. So. So. Genau. Zack, 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 zack. Mir ist auch ein bisschen. Ne. So. 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 Oh, das wird wieder. Oh, da ist schon wieder der zeitliche Druck. Spürst du ihn auch gerne? Dieser zeitliche, unsägliche Druck. Unsäglich, dieser Druck. Warum habe ich jetzt, ist das ja eigentlich, was habe ich hier gebaut? Das ist totaler Quatsch. So. Ja, doch. Ne, das ist auch Quatsch. Das ist Quatsch. So ist es. Mensch, wird jetzt schon scheiße. Ja. Meins auch. Weil ich nämlich überhaupt keine Ahnung habe. Pokémon, ey. Das dümmste Thema. Ja, das ist jetzt hier durch Pokémon Go und Co. wieder richtig Hype geworden, ne? Ja. Das ist, fehlt es nur noch, dass wir wieder Sammelkarten verkaufen. Äh. Das ist Blödsinn hier. Der muss weg. So ist besser. Da muss der ja auch weg. Zack, zack, zack. Ich baue noch scheiße. Äh. Ich habe keine Ahnung, wie. Äh. Ne, das ist auch doof. Ne, ne, ne. Warte, warte, warte. Dann machen wir das hier so. Noch drei Minuten. Das reicht niemals, die Zeit. Die reicht niemals aus. Hilfe. So, machen wir das. Das fuck, über mir schwebt einer. Über dich, war es? Hallo? Nein. Hör auf, mich abzulenken. Das machst du mir abzulenken. Nein, über mir schwebt mich immer. Äh, äh, äh. Ich verstehe schon. So. Ich glaube, das war, war, war das? Ich weiß nicht, war das so? Ich hoffe, das war so. Ich, ich, ich habe keine Ahnung, ne? Ich glaube, es hatte noch hier. Hatte, hatte es? Natürlich, wir malen wieder dasselbe. Also, wir bauen wieder dasselbe Pokémon. Ich, 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 ich weiß es nicht. Ich mache jetzt einfach. Mir geht es um den Sieg. Mir geht es nicht um Schönheit. Mir geht es nur um den Sieg. Knallhart. So. Ich glaube, das hatte ich dann noch so. Ich weiß. Das ist schon ewig, ja, Pokémon. Das war ja noch, als ich jung war. Da hieß das Ganze ja auch noch, Reichsjugendtüte. Und ich Happy Meal, so. Gleichzeit, tata, tata. So. Äh. Immer noch drei Minuten? Nein, eine Minute. Oh Gott. Was? Da stand gerade drei Minuten. Das ist aber nur noch eine. Kein Druck, Jani, aber wir haben nur noch eine Minute. Man sieht aus wie ein Krüppel. Aber sowas von krüppelig. Ich. Ich habe noch nicht mal einen Kopf. Ich war wie so in den Pokémon-Hype. Ah. Was sind Pokémon? Ich habe keine Ahnung. Kack, Mann. Das ist echt kacke gerade. Ich komme auch absolut nicht drauf klar. Ich werde den Leuten sagen, was ist das? Was ist da los? Das würde ich aber auch. Also ich meine, das ist ja wirklich kacke, was ich hier mache. Ich habe so keine Ahnung. Du wirst nicht erkennen, dass es bei mir ist. Du wirst nicht erkennen. Ich erkenne meins nicht mal. Ah. Jetzt. 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 Eine Minute jetzt nur noch. Okay. Das ist eigentlich machbar. Das ist nicht würdig zu dem, was ich da so war. Überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Meins sieht auch so scheiße aus. Oh nein. Ist das kacke. Ich erkenne mich mehr. Oh, Scheiße. Nur Blödsinn. Nur Blödsinn. Wirklich. Also. Nein, erkennt man einfach nicht. Meins wird man auch nicht erkennen. Ach, ich habe keine Ahnung. Das muss jetzt nicht gut. Das muss jetzt fertig werden. Und äh. Warte mal, gab es da nicht auch noch Effekte? Gibt es da vielleicht erst mal? Ja, ja, ich bin auch gerade dabei. Options. Partikel. Äh. Explosion. Nee. Hä? Verdammt. Time's up. Ach, das ist nicht zu kacke. Oh. Das ist ein bestes grüppeliges Viech. Einfach. Oh, das ist ja langweilig. Pikachu. Ja, echt mal. Wer macht ein Pikachu? Du hast bestimmt Pikachu gemacht, ne? Nein. Ich habe nicht Pikachu gemacht. Das ist niemals Pikachu. Ich weiß nicht. Das ist nicht so toll. Es ist halt auf dem Boden. Man kennt es, aber. Äh. Was ist? Ähm. Ist das da jetzt? Was ist das? Ich wollte Schiegi machen. Ähm. Das ist. Ähm. Achso, ich habe. Uh. Jetzt habe ich. Ähm. Ich sage jetzt einfach auch. Ähm. Verdammt. Ich habe. Das ist doch egal. Aber guck mal. Hier. Ein Teletubby. Einfach unfair. Weil ich habe außerdem beim ersten Amazing gesagt. Weil ich. Ähm. Bäh. Ist mehr so. Mehr so bäh. Ich mache das jetzt einfach Amazing. Amazing. Oh. Das ist leider nicht fertig geworden. Äh. Auf dem Pokémon. Oh. Was soll das denn sein? Go. Ja, den Poké. Weil das ganz ehrlich. Nein, ich wurde nur nach Pokémon gefreit. Ich finde es ein bisschen Quatsch. Wenn man dann nur solche 3D-Arts auf den Boden klatscht. Man hat die Möglichkeit, dass. Also solche Pixel-Arts. Man hat die Möglichkeit, das 3D zu bauen. So was hier. Finde ich schon besser. Das ist aber. Ja. Schon mal besser als meins. Alle wahr. Alles gut. Komm her. Gut. Oh nee. Der erste hatte jetzt natürlich den Vorteil. Den habe ich aus Versehen falsch bewertet. Nein, kein Mann Pikachu. Oder auch nicht. Ist es? Ist das dein? Ja, aber sowas von richtig kacke. War einfach amazing. Wow, super. Ist okay. Das ist nicht gut. Das ist gar nicht gut. So hinten war es gut. Und dann vorne ein Bär? Ein Bär? Ja, ist doch ein Bär, oder? Was ist das? Pokémon. Ja, nee, 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 nee. Warum schreiben wir? Wir müssen die alle Go dazu schreiben. Das war nicht gefragt. Weil wir spielen auch hier so ein Spiel. Das wird gesprengt. Was wir von kleinen Kindern gesprengt haben. Was? Was? Das ist ein Pummelluft. Das ist cool. Das ist amazing. Das geht wie du. Das war ein bisschen. Aber das ist ein bisschen 3D. Und es hat. Ist das ein Mikrofon? Wenn das ein Mikrofon ist. Das ist eine First Generation. Das würde ich sagen. Das ist so das Beste. Wow. Na, 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 na. Das ist halt flach gehalten. Aber es ist gut. Mir gefällt es eigentlich. Dass auch am Boden ein bisschen damit gearbeitet wurde. Ich gebe dem auch ein Amazing. Das andere war halt Wow. Und das ist Amazing. Jetzt versucht es ein super Pokémon zu bauen. Man hat einfach falsch eingesetzt. Man hat ja auch nicht mehr. Wer hätte denn damit rechnen können, dass es Pokémon. Äh. Also da hätten wir mehr machen können in der Zeit. Also. Wir müssen das noch mal spielen. Ich erkenne, dass das hier. Äh. Ne? Äh, aufgegeben, bestimmt. Oh. Und. Das ist nicht mal richtig. Das ist alles rot. Das ist doch Quatsch. Ne. Das ist ja Quatsch. Also wenn ich das sehen würde. Dann würde ich nicht Pokémon erkennen. Dann würde ich Pac-Man sagen. Oder irgendwas. Aber nicht Pokémon. Also. Das ist. Das ist nicht so. Was ist das? Ja. Was ist das? Was ist es? Ich hab keine Ahnung. Und gewonnen hat. Also Pummelow hat er gewonnen. Pummelow hat gewonnen. Ja. Und du bist dritter. Du bist dritter geworden. Was? Du bist dritter geworden. Steht da unten. Hast du gut? Steht auch hier an der Seite. Richtig gut gemacht. Dritter. Tada. Also da fand ich andere viel besser. Ja. Meins war richtig schlecht. Ich weiß nicht warum ich dritter geworden bin. Man hat nicht mal Shiggy erkannt. Ja. Vielleicht haben die. Vielleicht war es auch eins der neuen Pokémon. Oh Gott. Was ist hier so laut? Ich hab keine Ahnung. Vielleicht. Vielleicht haben die auch eins der neuen erkannt. Oh. Ich hab TNT bekommen. Cool. Achso. Vielleicht haben die gedacht so. Oh. Es ist blau. Es muss. Keine Ahnung. Das muss hier das neue Kisten-Pokémon sein. Achso. Ja. Natürlich. Kennst du nicht mal besser. Na gut. Ich würde sagen. Mit Jannis triumphalen Sieg. Und Kreativität verabschieden wir uns. Bis zum nächsten Mal. Wenn es wieder heißt Minecraft Minigames. In diesem Sinne würde ich sagen. Haut's rein. Und jetzt musst du was an. Ach nee. Die Tür ist da. Ciao. 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 Ciao.